Glorien und Glorien Grüß Gott! Ich heiße Thomas Naik. Ich komme aus Sudindien. Ich möchte Priester werden, deshalb studiere ich im Heiligenkreuz. Mit 16 Jahren bin ich in die Gemeinschaft Apostel der Heiligen Familie eingetreten. da ich in mir eine große Sehnsucht verspürt habe, Priester zu werden. Zu diesem Schritt bewegte mich vor allem das Vorbild von Mutter Teresa, die ich ihrer Gemeinschaft Missionarinnen der Nächstenliebe kennengelernt habe. Mutter Teresa wird in meinem Heimatdorf sehr hoch verehrt und ihr Einsatz für den Armen und ihre Liebe zur heiligen Eucharistie haben mich sehr beeindruckt. Mit 21 Jahren bin ich durch die Gemeinschaft nach St. Tulurich, Tirol, gekommen. Dort habe ich zum ersten Mal vom Heiligenkreuz gehört. Seit letztem Jahr darf ich hier an der Hochschule studieren. In dieser Zeit fühle ich mich hier sehr wohl. Es macht mir große Freude, hier zu studieren und zu meinem Ziel, ein guter Priester zu werden, näher zu kommen. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020